jetzt hört doch mal auf hier so eine füge zum einladen ist doch drin nichts mehr drin dann können ja sie müssten jetzt alles haben es ist so wo liegt die leiche der troll der schon weg halbe stunde nachdem der treu tot ist fragt ihr wo ist der troll hat sie mal bevor ihr weg fahrt das ist genauso wie eine halbe stunde nachdem wir abgelegt haben warte wir kommen zurück ich bin tot ich bin tot ich brauche nicht hier ist nämlich keine krypter mehr das was hat gesehen hat muss die zweite gewesen sein vergiftet na toll ich bin tot das heißt es gibt keine mehr und ich habe die letzten reisen dann können wir hier weg wobei ja gut es kann natürlich sein dass ich die dinge da gesehen habe das macht sie also das ist die zweite krypter war ich dachte sie wäre weiter südlich die eine ich bin natürlich prust so man bringe die letzten sechs dinge ich will weg kenne euch eine ich habe das gefühl draußen ist dunkel aber gegenstände geborgen ich hasse diesen blöden wurzel ding baum stamm holz was auch immer würde ich sagen wenn wir hier durch sind dann reißen wir doch auch einfach das portal mit ab und fahren heim wir haben nur noch zwei schweine hatten wir jeweils mehr ja ok sexy ja was denn ich bin ich ja aber wenn es nicht da ist ich habe dir die verantwortung übertragen das eine schwein ist zu dem anderen darüber wie sind das passiert und kaputt zau nicht dicht genug die wusste sehr sehr eng stellen ich lege das portal schon mal hier mit rein bis nächstes mal dort ist ja auch gleich da und das traditionelle der traditionelle platz neben wie das jetzt auch frei ich habe es jetzt glaube ich etwas vertrieben mit dem zauern aber egal warum gehen dann die portale nicht weil es abgebaut ist ja scherz kek sagt wussten ob otter fährt doch nicht mit uns mit sagt doch dass du stirbst moment ich wusste nicht dass du stirbst ich habe nicht mehr auf der karte gesehen ich habe mir so mein teil gedacht aber ich habe wieder auf der karte gesehen und dann hat er gefragt warum das portal weg ist auf der karte und ich dachte nur was ist weggegeben oder so aber so total steht komm mal her ihr schweinchen und spuckt ein otter aus na toll na toll und zu mir eine ibu auf der anderen seite wir haben da drüben einen schönen zertlingskern spawner den sollten wir vielleicht doch hier stehen lassen ich weiß aber nicht ob da irgendwas passiert wenn keiner von uns hier ist doch doch interessanterweise schon selbst wenn kümmern die events die hauen alles kurz und klein haben wir ja schon nein der spawner achso weil der spawner da hinten spuckt ja jetzt kohle und zertlingskerne aus zwei zertlingskerne habe ich ja schon mitgebracht von daher das portal hat sich schon rentiert ja komm dann nenn es aber irgendwie um in zertlingskerne oder irgendwas ich nenn es zertlingskerne oder irgendwas spawner wäre er so zertlingskerne ist da damit wissen wir bescheid komische das ist doch schon wieder weg ja ich könnte ihn einer mit unterstützen dass es beim nächsten mal überlebt nur mal so ein dass die teilung ins hört links bis gleich blicken es wäre besser wenn das die machen die besser ausgerüstet sind ja ja klar dass das nicht du mal wo ist denn der otter rüben erstes hört links gleich und so ging es mensch ist das wie bei der bahn dass ich irgendwann das geld zurückkriege bei zu viel verspätung schade versuch was wert für einen kaffee oder hinter uns ja ich habe euch zwar irgendwo geprüglich wo die leiche nicht war aber ich habe mein geld aus aus nicht das teuer sind welche keiner hatte die chance die tür hat es abgewehrt jetzt schnell weg so alle an bord abfahrt ich mache den bogen wenn ich trifft bin ich im marsch ja mich auch mich hat er nämlich schon einmal getroffen so ein block jetzt muss man ja aber ich weg nach was die plopse doch sie nicht das schiff die ne du hast dich doch nur schon wieder hinter mich gestellt um mich ins wasser zu schubsen oder ich möchte betonen ich war es nicht du wolltest auch mal oder ein schwein wurde gezähmt jetzt streich jetzt mal e drücken ich muss jetzt raus für welches 164 eisen haben wir ja das ist wir werden von abend zu abend erfolgreicher ja aber beim letzten mal sind wir nicht so schnell durchgekommen oh es kriegt herzchen boah loves you jetzt ist es zu dem anderen schweinchen gegangen und ich glaube du siehst doch wenn wir miteinander liebe machen wenn die wenn die fast ineinander stehen also eigentlich ineinander stehen und herzchen über sich haben dann haben die gerade ein ferkelchen gemacht aber erst mal nur gemacht das wird später geboren ich mach die mal ich tu die mal streicheln wenn das ferkelchen geboren wird dann dann leuchtet der hintern vom schwein und dann macht es auf einmal plopp und dann ist das ferkel da wo kommt der schuss jetzt auf einmal her das war irgendwann im wasser alles klar dann ist das skelett wahrscheinlich hinterher gelaufen nee das ist manchmal einfach nur wenn du von der welle runter ins wellental fällst das anders bei 84 also schlecht gefahren verstehe verstehe dass mir die schweine dann hier trotzdem drin oder dürfen wir ein großes gehege davon aber die bleiben prinzipiell da drin du kannst sie auch nicht mehr umleiten weil sie jetzt nicht mehr auf dich getriggert sind ach so sonst rennen die halt überall hin ja schwimmen weg ab und fressen die blumen ja vor allem die fressen die blumen ich esse blumen kann man jemand die heimat ping okay haben wir jetzt alle gepinkt ja dix viel danke warte nein du musst mal optional geht auch da da oder da stimmt das wäre noch eine heimat das wäre noch eine heimat ach und da geht genau das ist eine heimat dann hätten wir hier noch eine heimat hier haben wir noch was da haben wir noch was da ist auch noch was hier noch nee da ist doch nichts mehr da haben wir also abgebaut haben wir da auch das portal abgebaut ja da steht noch ein ss portal glaube ich 80% dauert nichts pp mr black wenn wir da vielleicht ab und einmal irgendwann mal gucken was da sonst noch so ist oder was auch immer pp blacki du hast verpasst dass das text von schweinen geliebt wird wik 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 ihr seht ihr französische schweine wik wik und irgendjemand ist auf bullshit allergisch gesundheit jetzt warten wir drauf dass es ferkelchens gibt hey das wetter wird wieder schlangig das wetter wird schlammig schlankig schlangig achso schlangig wer kennt das nicht hafen voraus hafen voraus tschüss guten schwimmen jupp sag mal otter du bist fast auf mich drauf gesprungen arschbombe Der Arsch hat eine Bobbe gemacht. Ich hänge so ein bisschen fest, das Boot geht kaputt. Ich versuche es zu reparieren, aber ich kann nicht. Ich kann das Boot nicht reparieren. Jetzt. Ja. Das konnte ich gerade. Komm raus, dann können wir über das Kleine entladen. Oder jetzt ist zu spät. Jetzt komm nach vorn. Haltet den Dieb, er fährt mit unserem Boot hübschwärts davon. Vor allen Dingen, da stimmt immer noch so ein Blüderbaumstamm. Naja, der war das Problem. Jetzt müsste man v-fracht entfernen. Das andere ist bei 98%. Das müsste, wenn er dem noch was zu essen gibt, ist das auch bald so weit. Wenn jemand in die Heimat-Base alt geht, Bist du schon wieder in der Küche? Dann findet ihr dort noch drei oder vier Stacks Kohle. Die wären ganz sinnvoll. Ich bin in das Portal mal um. Das hat schon wieder nix mehr zu essen. Na klar, da gibt's das noch was. Na komm, schnapp dir. Schnapp, mach den Schnapper. Immer noch ein zu wenig. Oh, Twitch hat meinen Chat wieder neu verbunden. Das ist ja nett. Zwei Schweinchen haben Lerzi gemacht. Kui, kui, kui. Das ist ultra faszinierend, wie erwachsene Männer so oft diese Schweine abgehen und kui, kui, kui Geräusche machen. So, wir haben jetzt drei Schweine. Wer ist hier erwachsen? Solche Unterstellungen verbitte ich mir. Demnächst musst du doch noch das Mann zurücknehmen. Ich schweige. Was er sagt. Mathematik war schon immer meine beste größte Stärke. Nicht. Deswegen spielst du ja gerne so Sachen, wo man viel rechnen muss. Genau. Und Gedächtnisleistung ist auch das, was ich am besten kann. So, Schweinchen, jetzt macht Liebe. Macht Liebe. Also, ich würde auch nicht Liebe machen, wenn jemand neben mir steht und sagt, mach Liebe, mach Liebe. Vor allem, der bereist dann auch ständig das Gehege ab. Ich hab's noch nie anders gemacht, also. Es geht auch anders, genau. Geht der da jetzt alle am Zaun und guckt den Schweinen zu? Nein. Dex ist im Zaun. Genau. Zahn, fröhlich. Feuert an. Ja, ja. Und gibt Tipps. Oh, ja. Genau. So macht das. So geht das. So. Und jetzt hier drauf und dann... Ja, genau. Dex versucht gerade, die beiden Schweinchen zusammenzuschieben, dass sie sich küssen. Okay. Genau. So, wo soll diese Kohle rumliegen? Ah, da. In Schmiedehäuschen. In der Schamidehäuschen. In der Schamide. Sag das doch gleich. So, ich mein schon. Jetzt macht Liebe. Lotus. So, unsere Schmiede hier ist jetzt Stufe 4. Oh, nice. Schön. Schön wie satt und gliedig da rumspringen gleichzeitig. Äh, jemand muss hier ja rumspringen, während irgendjemand anders Schweine durch die... ...gegeneinander schiebt. Ja, ja, ich kann auch springen. Irgendwo musst du ja auch in das Gehige von den Schweinen kommen. So eine Tür wäre schon sehr geil. Ihr habt schon Silberrüstung. Wahnsinn. Nee, Eisen. Ihr habt schon Eisenrüstung. Außer mir. Ja, das liegt einfach daran, dass wir Eisen gesammelt haben. Und deswegen... ...wir uns in der Eisenrüstungs... ...äh... ...dings... ...bevorzugt haben. So. So. So.